Du kannst noch mal andocken. Fahren einfach nur nahe. Nicht andocken, nicht andocken, nicht andocken. Nur nahe ranfahren. So dass der Klaus sagen kann, was er sagen muss. Nicht andocken, gell? Okay, geil. Wir werden zwei Stunden dauern. Dann steht Break-Up. Ja, zwei Stunden dauern und dann wird ein großer Schiff kommen und wir können dich an den großen Schiff bringen. Wir müssen zwei Stunden dauern. Water inside. Water inside. Wir müssen zwei Stunden dauern, wir sind neben dir. Take zwei Stunden. Sie haben gesagt, Water inside, habt ihr gehört? Ja. Ja, ja. Können wir noch einmal rumfahren? Ja. 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 Ja.